also also jetzt jetzt habe ich also okay alles klar ist klar okay dann müssen wir jetzt richtig erst machen an das war perfekt es war zwar abseits aber so witzig nein bitte nicht das Bruder schaff ich was der Elfmeter wieder kriegt nein für was kriegt er wieder Elfmeter was habe ich gemacht und nun Pogba jetzt ist gefährlich ja guter pass da kommt der Steilpass guck mal bitte guck mal bitte guck mal an bitte man guck mal bitte an man er hat fast mich raten er kriegt ihn den kriege ich den kriege ich ich bin in der Mitte nein 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 oh gott oh gott okay okay never 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 shit ja man alter was für eine Kacke alter ist nicht wahr zum Schluss kommt sowas ja man nächste Rückenkling baller nur weg ja man geht doch ja man bringt ihn einfach in die Mitte bringen gut bringen gut hier 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 nicht so Witzel was macht ihr da wohin dicker wohin original Sascha ist der ist der ist sind solche Ecken die habe ich jemals angekommen im Leben ich bin verletzt 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 keine missgestalt alter im jungs JOIN DOGSHIT PLAYER FÜHRT GEGEN DICH Thor mit ansage lauf mit ansage mit ansage jetzt will ich hier ein paar action sehen hier bisschen und dann noch so ein tor james zucker zu karte zucker oh mein gott Uuuuh! Uuuuhuh! Bruder! Schade Gegner! Oh jetzt Jungs! Jungs! Nein! Das wollt ich gar nicht! Jaaaaaaaaaah! Was ist los Joget? Da sollte der doch gar nicht hin. Oh. Oh. Eigentum. Daraus erstellen wir mal kurz den Flip. Ah. Komm. Jungs, habt ihr das gesehen? Er hat seinen Kopf abgeschossen. Bitteklip, Bitteklip, tausendsteklip heute. Memphis Depay, Fernschuss von Groß, unfassbar, der passt. Drei, zwei, eins, oh mein Gott, Digga. Oh. 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 Nein. Ey nein. Klickt es jemand bitte? Bro, hätte ich mir vorgestellt, dass so ein Mastenschläger rausgebrochen wäre bei uns. Louis. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Oh. Ja. Junge. Und dabei wird rein! Untertitelung des ZDF, 2020